Herzlich willkommen zu einem neuen Video der Swiss Tarts Corporation. Wir schauen uns heute eine kuriose Szene des letzten Finalspiels an. Jost wirft ja eine 180, das ist jetzt nicht so kurios, sonst einfach stark gemacht. Aber jetzt Rocco Fulciniti bei 121 Punkte, Triple 5, Triple 20 und zu guter Letzt die Single 10. Denken wir zuerst, auch der Caller denkt das, 85 Punkte werden geschrieben. Aber Achtung, Turnierleiter, Hechler hat ja etwas gesehen. Wir schauen uns nochmal die Wiederholung an. Das ist klar, die ersten beiden Pfeile. Aber der letzte Pfeil, meiner Meinung nach, klar, in der Single 10. Oder was meint ihr? Schreibt es in die Kommentare. Auf jeden Fall, Matthias Jost spielt hier weiter bei 86 Punkte. Kann das nicht auschecken, nimmt sie ja nochmal Zeit. Und im Hintergrund sehen wir es schon. Stefan Hechler, Turnierleiter, darf also eingreifen. Der VAR sozusagen greift hier ins Spiel ein. Und jetzt kommt's. Geht zum Caller und ändert den Score. Rocco nicht mehr auf 36 Punkte Rest, sondern korrigiert auf 40 Punkte Rest. Das heisst, Stefan Hechler korrigiert den letzten Pfeil, hat den in der Single 6 gesehen. Somit 40 Rest für Rocco. Und der bekanntlicherweise checkt das über die Doppel 20. Niemand ist sich da so ganz sicher, auch Jost nicht. Es wurde so entschieden. Was meint ihr?